Trüb und nass ist der heutige Samstag verlaufen im ganzen Land. Kaum einmal hat sich ein bisschen blaues Abschnitt gezogen. Es war überwiegend nass, hat viel geregnet. Und wenn wir uns jetzt einmal zurückerinnern, wie der September gelaufen ist, dann haben wir vielleicht noch im Kopf ganz am Anfang 30 Grad. Dann ist der Kälteeinbruch gekommen. Jetzt haben wir doch eine ganz sanfte Phase gehabt. Nicht allzu kalt, aber doch überdurchschnittlich warm. Und jetzt haben wir uns gefunden auf 14,6 Grad. Die haben wir mit heute Hand, morgen, am Sonntag auch noch einen kühlen Tag und am Montag wahrscheinlich ein bisschen wärmer. Wir wären also wahrscheinlich um oder ganz knapp über einem 30-jährigen Durchschnitt liegen. Interessant am September ist, dass die letzten 30 Jahre, die ja in allen Monaten deutlich kühler waren wie in den 30 Jahren, also von 1990 bis 2020, dass der September sich da gar nicht so abgehoben hat. Ich glaube, es waren nur um die 0,3 Grad Unterschied. Andere Monate sind über ein Grad. Wenn man die 30-Grad-Epochen miteinander vergleicht. Also heute ein ganz kühler und unangenehmer Tag im Tal. Es hat auch viel geregnet mit bis zu 43 Liter. Wahrscheinlich denn, bis ich die kommende Nachtstunde in Ihnen um die 50 Liter in Lochau. Aber auch Lindauerhütte, wo wir jetzt gleich sehen werden, wie es geschneit hat. Insgesamt doch ein sehr verregneter und nasser Tag. Aufgewacht sind wir in Lech zum Beispiel mit leicht angezuckertem Verhältnis. Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt und einen Stock höher. Da haben wir in Oberlecht. Da hat es so ausgeliefert. Also da schon wieder leicht zum Bahnen gewesen, um die 8 cm, die da gefallen sind. Schauen wir uns noch die Lindauerhütte an. Im Rätikon wunderschön im Hintergrund die drei Türme. Und da hat es einmal kurz ein paar blaue Stellen gegeben. Die waren aber noch vorübergehend. Und da waren um die 5 bis 8 cm ein Neuschnee. Und da haben wir noch einen Stock höher. Da haben wir auf 2385 Meter die Todalphütte. Ja, da wird es bis heute am Abend wahrscheinlich noch einmal einiges schneien. Das ist eine Schneedecke von 20 oder vielleicht sogar bis zu 30 cm. Zusammenkommt und jetzt kommen wir in den Bregen zum Wald. Zum Abschluss der Didamskopf. Und da waren Sie schon am Schneeschufeln. Schaut doch recht winterlich aus. Und damit begrüße ich euch alle recht herzlich zum heutigen Wetterring Regionalwetter. Wir sehen auf dem Satelliterfilm, wie von Nordwesten her die kühle Luft einströmt. Wie das Tiefdruckgebiet da östlich für uns jetzt abzüht. Das Hoch, das wird uns morgen am Sonntag recht sonnig schwerter bringen. Aber jetzt einmal in der Abend- und Nachtstunde beschäftigt uns die Nordweststaulage doch noch kräftig. Die Schneevergrenze kommt in der Arbeitsstunde auch auf etwa 1500, lokal in starker Schauer bis auf 1300 Meter. Das heißt, es kann bis in die Schnee in Leer wieder auf den Talboden, eventuell sogar am Hochdammberg ein paar nasse Flocken. Aber dann nach Mitternacht soll es aufhören zum Regnen. Es dürfte da früh noch ein paar lokale Hochnebelfelder gehen. Letzte Wolke resten und dann erwartet uns doch einen recht sonnigen Tag. Es wird allerdings recht kühl, nachdem wir heute am Abend, also in 2000 Metern, sowieso durchwegs frostige Nachttemperaturen haben. Nachdem die Temperatur auch sinkt auf 6 Grad, bei der man am Morgen zum Aufwachen ist, im Rietal und auch im Wallgau, erholt sich die Temperatur nur mäßig untertags. Trotzdem recht sonnige Werte erwarten wir so um die 16 Grad, was der morgige Sonntag anbelangt. Der Walsonntag, also wir empfehlen allen natürlich, kann wählen, nützend euer Recht auf Mitbestimmung. Und das Werte dazu haben wir euch auch schon organisiert. Schauen wir uns an, wie es weitergeht. Am Montag wird wahrscheinlich auch noch einmal ein recht freundlicher Tag. Die Temperaturen in der Früh um die 8 Grad untertags zwischen 18 und vielleicht sogar bis zu 20 Grad, je nachdem, ob der Föhn sich noch blicken lässt. Der Föhn wird dann vom Dienstag auf dem Mittwoch ein Thema. Das schauen wir uns da noch in der kurzen Föhn-Grafik an, wo haben sie versteckt, da ist sie. Der Föhn wird wahrscheinlich dann in der Alpen-Nordseite bei uns vom Montag bis am Dienstag, vielleicht sogar bis am Mittwoch früher immer wieder ein Thema sein. Und schauen wir euch einmal den Ausschlag an, der minus 12 Hektopascal, also auf der Alpen-Süd-Site, derzeit sehr föhnig, trocken und mild, während es eben bei uns Nordweststau gibt. Kommen wir nochmal zurück auf die Aussichten. Also der Mittwoch so wechselhaft wahrscheinlich da der letzte Föhn und dann zum Donnerstag auch wieder kühlere Witterung, ein Kaltlufteinbruch, der ist da bevorsteht. Die Schneefallgrenze dürfte wieder unter 2000 Meter ansinken. Der weitere Ausblick, nachdem es dann Mitte der kommenden Woche doch noch einmal so ähnlich kalt sind wird wie jetzt, Garntemperaturen wahrscheinlich wieder ein bisschen laufen. Es ist aber noch sehr unsicher. Gestern war interessant, da hätten wir auf den 7., auf den Montag, 7. Oktober, ja, ein Hochdruckgebiet gehabt. Darum auch da die Varianz, da wären wir da oben gewesen. Aber derzeit schaut es eher, muss ich noch einmal widerspringen, schaut es eher nach Tiefdruckeinfluss aus. Und zwar über Skandinavien wird sich da tief einreihen. Ja, das ist das GFS-Modell, aber auch das ECMWF, das europäische, nicht nur das amerikanische. Die deuten beide auf das Tief jetzt hin, wodurch wieder eine Nordweststaulage entstehen kann und natürlich einiges an Niederschlägen bringt. Übrigens, die Niederschläge auch höher, sehr überdurchschnittlich bisher. Der September hat bereits über 180 Liter der Hunde gebracht. In Schröckendam, zum Beispiel am Hochdammberg, bis zu 10 Millimeter bereits ein Niederschlag. Einzelne Schneeflocker waren sogar schon dabei. Also sehr, sehr nass der September bisher. Wenn euch das Wettervideo gefallen hat, dann zeigen sie es doch nur mit dem Dummer nach oben. Vergesst nicht, unsere Social-Media-Kanäle zum Abonnierer. Und wer jetzt im Tal wohnt und sich nicht vorstellen kann, wie es da mal ausschaut, schauen wir mal nach Deutschland zur höchsten Spitze im Land. In Deutschland, die Zugspitze, sind heute die Leute auch schon im Schneetreiben umeinander gelaufen und haben den früheren Wintereinbruch genossen. In diesem Fall wünsche ich euch allen jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Ciao miteinander. Untertitelung des ZDF, 2020